In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du das Kontrollzentrum auf deinem iPad nutzen kannst und wie du es zusätzlich auch noch personalisieren kannst. Um das Kontrollzentrum auf deinem iPad öffnen zu können, wischst du von oben im rechten Eck nach unten und somit öffnet sich das Kontrollzentrum. Das Kontrollzentrum hat standardmäßig bereits einige Dinge vorkonfiguriert. Im linken oberen Bereich kannst du hier mit dem Flugzeugsymbol beispielsweise den Flugmodus aktivieren. Daneben findest du das Symbol für Airdrop. Wenn ich auf Airdrop klicke, kann ich nun auswählen, wer mir via Airdrop Dateien senden kann. Entweder ich kann Airdrop komplett ausschalten, ich aktiviere Airdrop nur für Kontakte die eingespeichert sind oder ich eröffne die Möglichkeit Airdrop zu nutzen für jedermann. Ich ändere hier die Einstellung nun auf für jeden. Wenn du mit deinem iPad im öffentlichen Raum unterwegs bist, würde ich dir allerdings empfehlen, hier bei Airdrop beispielsweise nur Kontakte einzustellen. Ansonsten könnte jeder mit einem iOS-Gerät in deiner Umgebung dir Dateien senden. Danach gibt es hier noch die Einstellungen für WLAN, ich kann also WLAN ein- und ausschalten und wenn du mit dem Finger länger auf dem WLAN-Symbol bleibst, bekommst du hier noch ein zusätzliches Menü, wo dir angezeigt wird, der Flugmodus ist ausgeschalten, Airdrop ist für jeden aktiviert. Ich bin aktuell mit einem Cable-Link WLAN verbunden und Bluetooth mit der Microsoft Arc-Mouse. Klicke hier noch einmal länger auf WLAN, bekomme ich nun eine Liste der verfügbaren WLANs und könnte mich mit einem zusätzlichen anderen WLAN verbinden. Dann gibt es hier noch das Bluetooth-Symbol, mit dem du Bluetooth ein- und ausschalten kannst. Wieder mit einem langen Klick öffnet sich das Zusatzmenü, noch ein langer Klick und du könntest zusätzliche Bluetooth-Geräte auswählen. Im rechten oberen Bereich kannst du die Medienwiedergabe steuern und hier wird dir auch angezeigt, dass aktuell mein iPad mit einem Gerät verbunden ist, nämlich am System wird eben gerade dieser Screencast aufgezeichnet. Ich könnte den Ton nun auch auf meinem Apple-TV im Wohnzimmer wiedergeben. Danach findest du hier noch die Rotationssperre. Die Rotationssperre bewirkt, dass wenn du dein iPad vom Querformat ins Hochformat drehst, sich der Bildschirm nicht mitdreht. Das ist vor allem praktisch, wenn du kabellos auf einer großen Leinwand präsentierst, damit sich das Bild für deine Schülerinnen und Schüler nicht immer am Leinwandbild dreht, wenn du auch das iPad in deiner Hand bewegst. Daneben findest du das Symbol für die Bildschirmsynchronisation. Und hier könntest du auswählen, wo du deinen Bildschirm synchronisieren willst. In meinem Fall gibt es wieder das Apple-TV im Wohnzimmer. Darunter findest du die Möglichkeit für verschiedene Fokuseinstellungen. Klicke ich hier auf Fokus, kannst du auswählen Nicht stören, Zeit für mich, Arbeit. Diese verschiedenen Fokuseinstellungen kannst du zusätzlich individualisieren. Das ist allerdings ein Thema für ein eigenes Video. Daneben findest du zwei Schieberegler, einmal für die Helligkeit, hier kann ich das iPad heller und dunkler schalten und daneben für die Systemlautstärke, auch wieder leiser und lauter. Darunter findest du jetzt noch vier Symbole. Ganz links findest du die Möglichkeit, die Systemgeräusche zu deaktivieren. Daneben kannst du einen Timer stellen, danach das Symbol für eine Schnellnotiz und zu guter Letzt die Kamera. Du siehst, hier gibt es schon einige Funktionen in diesem Kontrollzentrum. Wir wollen nun aber dieses Kontrollzentrum noch etwas weiter verfeinern. Wir wechseln also mit einem Klick auf den Home-Button auf den Home-Screen und öffnen hier die Einstellungen. In den Einstellungen scrollst du etwas nach unten und du bekommst hier den Menüpunkt Kontrollzentrum. Unter diesem Menüpunkt findest du jetzt bereits die zuvor angesprochenen Stumm-Modus, den Timer, die Notizen und die Kamera. Darunter findest du jetzt weitere Steuerelemente, die du deinem Kontrollzentrum hinzufügen kannst. Ich persönlich nutze zum Beispiel gerne die Bildschirmaufnahme, also aktiviere ich diese. Weiters möchte ich auch gerne noch eine Stoppuhr hinzufügen, ich möchte auch noch den Wecker hinzufügen und zu guter Letzt noch Sprach-Memos. Sind diese Dinge hinzugefügt, wechsle ich mit einem Klick auf den Home-Button wieder zum Home-Screen und ziehe mir von rechts oben mit einem Wisch wieder mein Kontrollzentrum herunter. Und du siehst, das Kontrollzentrum ist nun weiter personalisiert worden mit der Bildschirmaufnahme, einer Stoppuhr, einem Wecker und zusätzlich nun noch der Sprachaufnahme. Möchtest du diese Symbole noch anders anordnen, ist das natürlich wieder möglich in den Einstellungen und wie du siehst, kannst du hier mit den drei Linien am Rand die Reihenfolge ändern. Möchte ich beispielsweise alle Urfunktionen in der ersten Zeile, nehme ich nun Timer, Stoppuhr, Wecker in die erste Zeile und zusätzlich noch den Stumm-Modus. Danach möchte ich meine Bildschirmaufnahme, die Sprach-Memos, die Notizen und die Kamera. Wenn ich nun von rechts oben das Kontrollzentrum wieder herunterziehe, siehst du, dass die Reihenfolge übernommen wurde und ich habe mein Kontrollzentrum weiter personalisiert. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video zeigen, wie du schnell und einfach das Kontrollzentrum nutzen und personalisieren kannst und dich damit auf dem Weg den iPad für dich zu personalisieren einen Schritt weitergebracht habe.